Kümmerliche Vorstellung Natürlich ehrenwerter Großmeister Inmar Verzeiht meine Neugier Bete zu Innos für deinen Frevel Das werde ich tun, Großmeister Och Mann, ist das ein Trottel Warum ist eigentlich der Pass so schlecht geschützt? Diese paar Bretter halten niemanden auf Und diese zwei Humble-Männer sowieso nicht Ist alles in Ordnung, Großmeister? Aber natürlich Ich war nur in Gedanken Weitermachen Zu Befehl Und die Tür lasse ich jetzt einfach auf Ha Mann, jetzt habe ich ja ein schlechtes Gewissen Hilfe 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 Was war das denn? Hey dummer Mauer Rette mich Bitte Ein ängstlicher Ork Ich fasse es nicht Mann Mauer Mauer Ach komm Du hast wirklich Angst vor dem kleinen Kätzchen Mauer Die sind gefährlich Das ist ein Schattenläufer Schattenläufer Das Ding da? Warte mal Das haben wir gleich Jetzt pass mal auf Das ist eine kleine Katze Aber mehr auch nicht Ja du Schlaubager Aber die Mama der kleinen Katze Die gibt's auch noch Wo? Weiß ich nicht Ich hab mich hier hoch geflüchtet Und auf einmal war sie weg Und auf einmal war sie weg Wahrscheinlich musst du dir keine Sorgen mehr machen Mauer Hinter dir Ich muss schon sagen Mauer Du verstehst dich aufs Kämpfen Du hast Ehre bewiesen Ja Und du nicht Mauer Ach komm war nur ein Spaß Jeder hat doch mal Angst Ich hab zum Beispiel tierische Angst vor Ort Kriegern Gut, dass du kein Krieger bist Hey Ich hab auch Gefühle Das war gemein Ich glaube ich hab irgendwo noch paar Taschentücher Mauer Du bist ein Scherzkex Das hat meine Ex-Frau auch immer gesagt Und dann hat sie mich für einen reichen Händler verlassen Naja andere Geschichte Ich hatte auch mal was mit einer Echsenfrau Aber ich wusste nicht, dass Mauer Auch auf sowas stehen Du bist ja krank Warte mal Du hast daraus falsch verstanden Nee, nee Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus Ach glaub doch was du willst Was macht ihr Orks hier überhaupt? Willst du die lange? Oder die kurze Fassung? Kurz bitte Mit kurz kennst du dich aus, was? Hat mir deine Echsenfrau besagt? Schnauze jetzt! Also, was macht ihr hier? Also, da war so ein Dämon Khrushak Und der ist verbannt worden Aber dann hat er laut geschrien Und dann kamen alle Einfach alle Alle? Alle Sogar die Drachen Und Orks und auch deine Echsenfrauen Drachen gibt es doch gar nicht Doch gibt es Das klingt schon alles sehr erfunden Als nächstes erzählst du mir noch Dass Orks sich vor Schattenläufern verstecken Und Paladiner um Hilfe bitten Bei meiner Ehre Ich sage dir die Wahrheit Ja, ja Ist gut Ich glaube dir Aber ich habe das richtig verstanden Ihr seid jetzt ganz viele hier? Ja, sehr viele Und wir belagern gerade die Burg Da haben sich deine Kollegen versteckt Ach, das erklärt einiges Dann kann ich mir die Reise ins Minenthal ja sparen Willst du das gar nicht prüfen? Ich meine, ich könnte dir ja auch sonst was erzählen Nee, ich glaube dir Du scheinst ganz okay zu sein Wie heißt du eigentlich? Mos Nekro Wie? Mos Nekroz Das ist ein ganz normaler Orkname Mos Nekroz Irgendwie komisch, wenn man den Namen rückwärts ausspricht Dann Schnauze Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Inma Inga Inma Inga In-ma Ach, ich nenne dich einfach Mora Na gut Okay, ich verabschiede mich dann jetzt Ich muss zurück in die Stadt Gute Reise, Mora Es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben Es war mir auch eine Ehre Wären alle Orts wie du, hätten wir wohl keinen Krieg Wären alle Orks wie ich Dann hätten Mora's wie du keine Chance, jemals eine Echsenfrau abzubekommen Du bist so ein Trottel Gleichfalls Mora Gleichfalls Eigentlich müsste ich ihn ja jetzt töten Aber der Bursche ist echt nett Das kann ich jetzt nicht übers Herz bringen Hm Hm, ja Die Zeit ist vorbei Ihr könnt abhauen Ihr seid ja immer noch da Jetzt reicht's aber Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal